hier ist ronja und willkommen zu einer neuen folge wolf mit dem flow und mit dem matschekopf heute schon mal gucken was ich machen kann und alles nicht gesehen was hast du gemacht okay kommen soll ich zeigen was ich machen kann ja hat sein skin getauscht er hat kopf andersrum gemacht ich meine ich habe gerade so wie es mir ist okay wenn warte mal warte mal warte mal aber das ist nicht gut mit ihr genau floh wo bist du es ist einfach safe jobs ohne mist das lachen wir alles weggegeben genau alles weggegeben ich habe hier ein gang geschlagen warum warum darf man nicht schlagen sucht er sich auszuregen ist nicht nur ist nicht wir haben gerade den wolf fallen test gemacht ein test klopf nur aktivieren wenn du ein wolf bist und schocker dinge das ist ein schwert ronja ich bin ich jetzt habe ich kenne dich jetzt bis froh wieder überlebt wird oder tubs ich hoffe aber nicht dass tubs ist also das tubs wieder überlebt wird warte mal was kauf ich mir jetzt den buben master jetzt gehe ich erst mal in mein secret und noch ein exo-panzer kann man sich ja mal gönnen macht mich stärker oder ich brauche nichts ich brauche nur das und warte mal ich könnte beides nehmen ich brauche gold ich kann dir gold geben jürgen 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 ich helfe doch gern ich habe 35 können wir damit jemanden wiederbeleben fast 45 okay kein ding ich komme wo bist du ich bin hier es war wirklich verdächtig am anfang ich hoffe denn die platz den schnürsenkel das nehme ich jetzt in kauf er hat mich richtig runtergeschlagen am anfang genau das nehme ich manchmal in kauf es hat sein müssen für die kekauin für die kekauin vom tobias wir können test machen ich bin ja komm mal zu dem sap was siehst du nämlich was was bist du so was wie ein enderman praktikant kommt zum server dann ist das ist quasi ich bin nicht ich glaube ich weiß dass wir können zum dingstester geht es verdächtig und ja was in der näher kommen doch testen nein recht nicht gerade dann hätte es wahrscheinlich mitgekriegt dass er keinen dings gehabt hatte keine keine schuld dingen okay ich habe die schwert neben die schwert ist und zwei einzig und sich packen dann kommt doch zum dings ich beweis es euch dass wir zu ihnen gehen damit das einfache hat und zu töten ja schon heute wird aus wenn es trupps ist also meine analyse nach ist es ja man ja dann siehst du dass ich nicht bin welchen klopf drücken okay da bist du bei dem server ding so ich weiß nicht wo das ist beim marktplatz ich weiß nicht wo der ist beim wasser beim top stinkschild wo ist das top stinkschild weiß ich nicht ich sehe floh ich sehe floh ich sehe floh und so kommen ich bin jetzt in der mitte ja ich weiß ich weiß ich weiß ich werde ich habe mir jetzt eine heavy duty wo seid ihr denn ich kann mich auch an oder doch gar nicht das habe ich dann drück doch mal drauf okay okay ich bin drauf du hast gerade den killkern in der hand gehabt du deb du bist ich weiß nicht warum warum ich bin doch auf dem marktplatz ich habe zwei stück aber die haben sich immer wieder ausgerüstet aus irgendeinem grund ich hatte zwei slimepilz die waren leer aber die haben sich immer wieder ausgelöst ich weiß nicht der gerade geschrien hat sicher also wenn ich topst wäre dann wäre ich jetzt mad es ist topst es ist topst es ist topst au ich bin kein wolf was für euch flammkuchen ist es flammkuchen ist es flammkuchen was ist flammkuchen flammkuchen ist richtig lecker jetzt habe ich hunger flammkuchen ist pizza eigentlich oder flammkuchen es ist flacher und da ist normalerweise so so nicht Tomatensauce drauf ja ich bin gefangen warum und ich kann keine pfeil kaufen mein shop packt ok dann gib mir emeralds dann kann ich den enderpferde geben nice Topst, wo bist du? tritt einfach so ein lego weißt du ich denk die ganze zeit du läufst falsch rum weil du mich die ganze zeit anguckst aber mein kopf ist einfach nur falsch rum drauf das richtig verursacht du fühlst dich voll beobachtet du bist du erst die ganze zeit da er guckt die ganze zeit drauf was du machst aber eigentlich nicht komm Tester 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 ist aktiv was ist das für ne Taktik Tester Tester Redino Tester ist aktiv? ok keine sorge der Toaster ist aktiv der Toaster der Toaster ich geh zum Tester ich hab den weg gefunden sogar zum Tester oh der hat jemand den Strang geschlürft kommt alle Menschen Tester 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 ist unsichtbar ich bin nicht unsichtbar ich bin am Tester oder wer war der Tester irgendjemand ist unsichtbar bin ich unsichtbar ich hab grad die ich hab grad hier so Spuren am Boden gesehen und da war kein skin Hallo wieso geht er nicht auf gibt es mal ein geheim code ein kurz habe ich geschlagen geschlagen ich wollte doch entweder entweder ich sage ich sage ich bin es nicht ich vertraue obwohl ich vertraue die aber nicht ja warte auf mich zu gehen aber das löst sich auch um herflokommen bitte warte ich kaufe jetzt mal ein schwert ja klar die kauf krieg sie folgen nein du kannst macht den chat auf du kannst kaufen warte wie denn mach den chat auf und während du deinem chat umherst du hast als wölf als wölf warte mal als wölf als meine ursprünglichen wölf julian riecht nicht mehr sicher also ich weiß es nicht kommt davon wie du die wirft also unten in dem baum darf man die werfen glaube ich halbherzig ist okay ja keine ahnung hä was ist passiert ich habe mit der hand zusammengeschlagen oh nein ich habe die criticals gemacht criticals ja das ist drin ich habe eine lederhose ich habe noch eine zweite wenn es noch einer will ich hoffe der aggressiver tobias oh nein es kommt ein aggressiver tobias ich hoffe er tötet mich nicht ich bin schon oft genug an ihm gestorben das war jedes mal wieder witzig ja ich auch ich habe mittlerweile schon angst du hast dich endlich mal gefreut ja jetzt bin ich wolf dann hat es keine waffe und du bist gestorben ja vor allem ne 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 der hat mich runter geschubst das war auf dieser skylands map oder so und dann hat der mich runter geschubst und dann bin ich gefallen und dann war ich tot ich habe mich voll lachen fast in die hose gepisst das war witzig weißt du flobbs ist wirklich so ein mensch der freut sich am leid anderer es ist halt wirklich so er ist ein sadist er sagt den Leuten auf dem discord zu den meister nennen ja genau und lass die komische kettensägen sounds machen jetzt hast du mittlerweile schon die discord rechte abgegeben jetzt sagst du schon ja die Leute auf seinem discord ja es ist halt wirklich so jaja es ist halt mit der pops steht neben mir und schreibt mich an came ich glaube nicht ach Du klingst wie ein Schwein im Sterben. Wenigstens hast du es mal erkannt, Ronja. Oh, ganz da, Jumit. Weißt du, ich kann dir sagen, wo der aggressive Tobias ist. Er hat mich nämlich ins Wasser geschossen. Oma ist ein Amt bei mir kleiner als der andere. Weil du zu kurz geraten bist. Ist der Test aktiv? Ich glaube nicht, nee, der ist zu. Oder Floch hat ihn kaputt gemacht. Der ist aktiv, aber er ist zu. Ja, Floch hat ihn kaputt gemacht. Nur mit euch jetzt schon wieder. Ey, Julian! Tops klingt wie Tops. Das ist nicht gut. Ja, es ist. Ich bin irgendwie komisch rangezoomt gewesen. Äh, Flo und Tops und Julian. Wo war ich hier denn? Tops, wo bist du? Ich bin bei Ronja. Ronja, du bist aggressiver Tobias. Du bist ein heavy duty. Wir sind ein Haas. Nein. Oh mein Gott, Tops greift mich an, Tops greift mich an. Nein, ich greife dich nicht an, das ist Ronja. Tops greift mich an, das ist Ronja. Ronja, 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 Ronja. Oh, ein Update. Naja, gut, dann würde ich sagen, was hast du in diesem Fall? Hast du gewonnen? Ich habe nicht gewonnen, nein. Sie hat auch nicht geschossen, dann hat sie gesagt, Tops greift mich an, Tops greift mich an. Ich habe nicht genug Damage gemacht mit der dummen heavy duty, ich habe gedacht, ein paar Schüsse bist du tot, aber das war ein Irrtum. Naja. Das war es in der Folge, lasst ein Like und Abba da und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.